Kinder sind der größte Schatz, den wir haben. Und ich finde es immer wieder an solchen Tagen auch inspirierend zu sehen, wie sich Menschen engagieren. Das ist für uns Wahnsinn. Also ich bin total gerührt und ich bin überglücklich über diesen Hauptpreis und ich kann es immer noch gar nicht fassen. Die Veranstaltung war sehr ergreifend. Ich bin wirklich bewegt von diesen ganzen Projekten, die zu Recht von Hans und Merkur geehrt worden sind. Ich bin wirklich sprachlos und sehr inspiriert von diesen ganzen Projekten, von den Leuten, die mit so viel Leidenschaft wirklich dabei sind. Die Auszeichnung bedeutet uns sehr viel, vor allem in der Form, wie wir sie heute bekommen haben. Sehr wertschätzend. Ich fühle mich total gesehen. Vielen, 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 vielen Dank. Vielen, vielen Dank.